Wir starten direkt mit der ersten Asana, komme dafür in deinen Vierfüßlerstand, rechte dich hier aus, sodass deine Hände unterhalb von deinen Schultern sind und deine Knie unterhalb von deinem Gesäß. Dann hebe von hier dein rechtes Knie an und beginne kreisende Bewegungen mit deinem Knie zu malen. Male hier erstmal sehr langsame und achtsame Kreise, richte den Fokus ganz bewusst auf deine Hüfte, spüre wie diese kreisenden Bewegungen sich auf deine Hüfte auswirken. Was für einen Effekt sie hier haben. Und dann ändere die Richtung von deinem Kreis, male den Kreis mit deinem Knie nun in die andere Richtung und spüre auch hier ganz bewusst, dass dieser Richtungswechsel für eine Auswirkung auf deine Hüfte hat und bewusst war, wie sich hier deine Hüfte anfühlt, was du hier wahrnehmen kannst. Und wenn du das nächste Mal dein Kreis fertig gemalt hast, dein Knie wieder Richtung Boden ausgerichtet ist, dann bringe von hier deinen Fuß zwischen deine Hände auf den Boden. und bringe dann dein linkes Bein weiter nach hinten, stelle dafür deine Zehen auf, strecke dein Knie durch, lege dann dein Knie wieder ab und deine Füße. Dann bring mit der nächsten Einatmung deine Arme nach oben, richte deinen Oberkörper hier auf und zinke gleichzeitig ganz tief in deiner Hüfte, dass deine Hüfte Richtung Boden gehen. Bring mit der Ausatmung deine Arme wieder Richtung Boden und komm gleichzeitig mit deiner Hüfte etwas weiter nach oben, um so die Dehnung und die Öffnung aus der Hüfte zu nehmen. Mit der nächsten Einatmung bringe wieder beide Arme nach oben, setze dich tief in deiner Hüfte und in deinem Atemrhythmus mit der Ausatmung bringe die Arme wieder nach unten, nimm etwas Dehnung aus der Hüfte. Bleibe hier in dieser Wechselbewegung. Mit der Einatmung bringst du deine Arme nach oben und sinkst ganz tief in der Hüfte. Mit der Ausatmung bringst du deine Arme nach unten, nimmst Dehnung aus der Hüfte. Lasse deinen Fokus bei deiner Hüfte. Nimm hier ganz bewusst wahr, wie diese Wechselbewegung sich auf deine Hüfte auswirkt. Und wenn du das nächste Mal deine Arme tief hast, stelle deine Hände wieder auf den Boden auf. Stelle sie so auf, dass du mit deinem rechten Fuß weiter nach rechts laufen kannst. Deine Hände sind also an der Beininnenseite von deinem rechten Bein. Dein rechtes Bein geht weiter nach außen, Richtung Mattenkante. Und dann spüre, wie diese Veränderung in deinem rechten Bein gleichzeitig eine Auswirkung auf deine linke Hüfte hat, was du hier wahrnehmen kannst. Entscheide selbst, ob du hier in dieser Position so verweilen möchtest oder ob du etwas mehr Dehnung für dich möchtest und so auf deine Unterarme kommst oder sogar noch weiter nach unten und die Stirn Richtung Boden bringst. Denke daran, dass es im Yoga darum geht, für dich deine richtige Position zu finden und die Übungen so anzupassen, dass sie für dich passen. Dann genieße noch einen tiefen Atemzug hier. Komm auf deine Hände zurück, falls du auf deinen Unterarm warst. Und dann laufe langsam wieder mit deinem rechten Fuß näher in die Mitte. Deine Hände stellen sich jetzt wieder so auf, dass dein Bein in der Mitte von beiden Händen ist. Und dann hebe dein rechtes Bein so an, dass dein Unterschenkel parallel zur kurzen Mattenseite vor dir ausgerichtet ist und lege dein Bein hier wieder so ab. Wir kommen hier in die Taube. Schau, dass es für deinen Knie hier angenehm ist, ansonsten kannst du den Winkel gerne verändern. Dein linkes Bein streckt noch einmal ganz weit nach hinten und dann lege ich hier wieder dein Knie und deinen Fuß ab. Und dann entscheide selbst, ob du wieder hier auf deinen Händen bleiben möchtest oder weiter nach unten gehst auf deine Unterarme oder deine Stirn auf den Boden ablegst. Komme ich hier in die Stille? Probiere deinen Körper hier dieser Übung hinzugeben, ohne dich zu bewegen. Und dann die Asana in der Stille zu genießen. Deine Hüfte tief sinken zu lassen. Gleichzeitig immer mit dem Bewusstsein bei deinem Körper zu sein und zu spüren, wie die Übungen sich für dich anfühlen. Wenn du auf deinen Unterarm warst, dann komm von hier langsam wieder zurück auf deine Hände. Richte dich hier wieder aus. Und stelle deine Zehen auf von deinem linken Fuß. Hebe dein Knie vom Boden ab. Und dann drücke dich von hier nach hinten in deinen herabschauenden Hund. Strecke allerdings dein rechtes Bein weit nach hinten in den Himmel aus. Bringe so Länge in deine Beinrückseite. Und entscheide selbst, ob du hier für einen Moment bleibst oder ob du in den herabschauenden Hund kommst, hier vielleicht auf der Stelle läufst oder in der Stille im herabschauenden Hund bleibst, je nachdem, was du für dich als Gegenbewegung möchtest. Und dann komme von hier langsam auf deine Knie zurück in den Vierfüßlerstand. Richte dich wieder aus, sodass deine Hände unterhalb von deinen Schultern sind, schon deine Knie unterhalb von deiner Hüfte. Wir wechseln jetzt auf die andere Seite. Beginne kreisende Übungen mit deinem Knie auf der linken Seite. Hebe dazu dein linkes Bein an. Und male die Kreise mit deinem linken Knie, die jetzt für dich natürlich hier kommen. Male diese Kreise ganz bewusst. Lasse dein Knie die Bewegung leiten. Aber bleibe mit der Aufmerksamkeit bei deiner linken Hüfte, wo du diese Übung spürst und ganz bewusst wahrnehmen kannst. Und dann wechsle auch hier einmal die Richtung, sodass du jetzt in die andere Richtung kreismalst. Dann spüre auch hier ganz bewusst, was diese Richtungswechsel mit dir macht. Wie es sich hier anders in deiner linken Hüfte anfühlt, was sich für dich verändert. Wenn du den nächsten Kreis fertig gemalt hast und dein Knie wieder Richtung Boden zeigt, bringe von hier deinen linken Fuß zwischen deine Hände auf den Boden. Stelle deinen Fuß hier auf. Dann bringe dein rechtes Bein ganz weit nach hinten. Strecke dein Bein durch. Lege dein Knie auf den Boden ab. Lege deinen Fuß ab. Du möchtest dann bringen hier was unter deinen Knie, wenn es für dich angenehmer ist. Dann komm mit der nächsten Einatmung wieder in diese Bewegung, wo du deine Arme weit nach oben anhebst und tief in deiner Hüfte sinkst. Mit der Ausatmung wechselst du deine Arme, geh in Richtung Boden und du kommst mit der Hüfte etwas weiter nach oben, nimmst Dehnung raus. Einatmung sinken tief in der Hüfte, nimm die Arme nach oben und ausatmen, lass die Arme nach unten sinken, nimm Dehnung aus der Hüfte. Folge ich hier ganz natürlich deinem Atemrhythmus. Einatmend bringe die Arme nach oben, sinken tief. Ausatmend Arme gehen nach unten, deine Hüfte lockert sich. Merke ganz bewusst, wie sich die Hüfte dabei anfühlt. An deiner Hände das nächste Mal Richtung Boden zeigen, dann stell sie wieder auf. Lauf mit deinem linken Fuß nach außen, Richtung matten Außenseite. Und dann sinke auch hier tief in deiner Hüfte. Spüre, wie sich diese Seite anfühlt. Die rechte Seite, was du hier wahrnehmen kannst, in deinem Bein und gleichzeitig in deiner linken Hüftseite. Spüre, ob du hier auf deinen Händen bleiben möchtest oder ob du weiter auf deine Unterarme gehst oder vielleicht sogar deinen Kopf auf den Boden ablegen möchtest. Spüre ganz individuell, was dein Körper hier gerade braucht, wie weit du hier heute gehen möchtest. Wenn du auf deinen Unterarm warst, dann komm langsam zurück auf deine Hände. Bringe dann dein linkes Bein wieder in mehr Richtung Mitte. Rauf mit deinem Fuß zurück in die Mitte. Hebe dann von hier deinen Fuß an und lege dein Bein so ab, dass dein Unterschenkel in etwa parallel zur kurzen Mattenseite ausgerichtet ist. Hebe dein rechtes Bein nochmal an und strecke deinen Fuß weit nach hinten und dann lege ihn wieder ab an der Stelle, wo es für dich angenehm ist. Komme von hier auf deine Unterarme, wenn es sich für dich gut anfühlt. Wenn du bemöchtest, kannst du auch weiter runter gehen. Spüre auch hier ganz bewusst in deine Hüfte. Nimm wahr, wie es sich diese Seite für dich anfühlt. Bleibe ganz bei dir und dieser Übung. Wenn du auf den Unterarm warst, dann komm langsam zurück auf deine Hände. Stelle dich hier wieder mehr auf Bewegung ein. Stelle deine rechten Zehen auf. Hebe dein rechtes Knie vom Boden ab. Und schiebe dich von hier in deinen herabschauenden Hund, wobei du dein linkes Bein weit nach hinten durchstreckst, Richtung Himmel und dann selbst entscheidest, ob du hier bleiben möchtest oder deinen Fuß aufstellst, dich etwas bewegst im herabschauenden Hund oder hier in der Stille bleibst. mache ich hier die Bewegung, die sich für dich gut anfühlt, als Ausgleich zu diesen Hüfte öffnenden Übungen. bringe von hier deine Knie wieder auf den Boden, setze dich dann zurück in einen Fersensitz, lege deine Hände entspannt auf deinem Schoß ab, schließe deine Augen, entspanne hier und fülle für einen Moment nach. Nimm noch einmal ganz bewusst deine Hüfte wahr, wie sie sich jetzt hier anfühlt, was sich vielleicht verändert hat. Wenn du deine Augen geschlossen hattest, dann öffne sie ganz langsam wieder, bring dein Bewusstsein zurück und in den Raum, das hier und jetzt. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du mitgemacht hast und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dann. Bis dann.